Auf dem guten alten Holland. Alle das gleiche? Ja. Ne, wir sollten mal schnelles nehmen. Welches? Die Hakuchu. Nemesis. Hakuchu ist das schnellste Motorrad. Ja, aber wir hatten den Nemesis noch nicht. Wie der schöne Motorrad dabei hab ich dann gesehen. Nemesis! Nehme das! Nehme das! Nehmen sie es! Nehme ich. Das schnellste Motorrad im Spiel. Ist ja alles verloren. Du bist scheiße. Alter, Krebs hat sogar eine Helfer. Du bist auch, Kacke. Das hab ich nicht gesagt. Du bist lieberisch gesagt. Was ist denn der Unterschied zwischen Scheiße und Kacke? Ja, scheiße! Sieht doch beides gleich aus. So, ich fahr mal vor. Was? Das waren noch drei bei mir. Ja, bei mir. Ich konnte auch losfahren. Ich hab mich erschwacken und hab sogar Gas geben losgelassen. Oh! Oh! Ich hab mich gestürzt! Rammt euch, Leute! Oh! Nehmen sie es! Ja, ihr fucker! Ja! Sucker! Hey! Ich bin hier kein Product Placement! Ich bin hier kein Product Placement! Ich war bei Edeka, Leute! Ich war bei Edeka, Leute! Ich bin hier nicht so gut! Du Möller! Das heißt, du stürzt! Das war Crap! Das ist gestört! Oh! Brems lieber! Oh! Oh! Scheiße! Wenn zwei sich streiten kommt! Ey! Granz der Mörder, ey! Granz ist es wieder! Ja, ja! Granz hat mich umgebracht, ey! Dankeschön! Das ist eine einzige Chance, ey! Das ist voll spannend noch! Wir haben alle das Gleiche! Du ist ne Anderes! Sonst wär ihr nicht Sechster! Ihr müsst alle Anderes haben! Alter! Boah! Das ist voll spannend! Wieso kommt da auf einmal noch einer? Sag's doch jetzt streng dich an, ey! Und da zieht er vorbei an dir! Boah! Das ist meine Lederjacke! Da ist es 붉er! Oh nein! Ah, wie sie weggemacht! Einer weniger um die Platzierung vorne! Genau! Einer weniger! Wo sind die anderen? Wo sind die Anderen? Wo sind die Anderen, ey?! Das wird's wohl weggekommen! Keiner hat das nicht gefangen! Was? Wie kommst du denn näher, ey?! Du hast mich gerade umgebrannt! Sehen wir doch, ey. Oh nein, fuck. Ja klar, das war's. Ah, jetzt könnte Krabs mich noch am Ende kurz mit dem Windschatten... Oh, da ist noch hier... Trance ist noch drin. Nein, das ist nicht hier. Ey! Oh, Penners. Wenn man einmal hinten ist, kommen wir immer nach vor. Doch, wir geben uns jetzt gegenseitig den Windschatten. Der hat noch nie Windschatten gesehen. Ja, und hinten, ich bin ganz hinten und hab gar... Was? Ich dachte, es sind noch zwei Runden. Ich dachte jetzt auch noch, dass wir noch vier Runden eingestellt werden. Ja, wir sind ja schon viel gefahren. Echt? Das geht ja schnell. Es ist ja auch nur... Wie hieß die Strecke? Weil die ist eigentlich ganz cool gewesen. Stiefel auf dem Boden. Stiefel auf dem Boden. Wie hieß die? Stiefel auf dem Boden. Du bist gleich gestiefelt. Gepaddelt. Ja, jetzt... Der Controller-Boy. Gerade habt ihr das gesehen jetzt. Der Controller-Boy, Autodrive. Dann die schnellste Runde. Boah, Dani, die Zeiten. 2,45er, drei Stücke. Die schnellste Runde, ey. Der Pulitzer ist mitgefahren? Ja. Wenn du einmal... Aber du hast sie schnell zurückgekommen. Au, au, au. Au, au. Die erste Runde war kaputt. Au, au, au. Von den Sternen in die Koste. Das klingt sie auch toll. Das Rollfeld über Rollen. Richtig kreative Namen. Mach doch GTA-Modus. Das könnten meine Titel sein. Nur kreativ? Ja, total. Bei dem letzten wusste ich's nicht. Hab ich's Brumm Brumm genannt. Oh mein Gott. Ist kein Problem, wenn da mal einer kommt, der auch nicht so viel will. Es gibt halt Brumm Brumm ein. Kommt er zuerst auf dein Video. Ach scheiße, ich glaub ich hab die heutige Folge auch so genannt. Brumm 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 2. Brumm Brumm 1 und Brumm Brumm 2. Das muss sich noch ändern. Der Klassiker. Fahr doch auch wieder mit Tastatur, Nils. Nein. Fahr dir doch mit Controller. Er gewinnt seit neuestem jetzt. Gefährt er noch mit Controller. Crabs, wo is er denn? Bin doch hier. Bist du in der Lobby? Da unten is er. Oh, Klassiker wieder. Also dasselbe. Was nehmen wir denn heute? Das ist doch nicht Flugzeug, oder? Da kann man nur eins. Den Coquette Classic. Jeder darf sich das Auto aussuchen. Coquette. Coquette. Bin auch Coquette. Bin auch Coquette. Wette mal auf mich 3 Millionen. 3 Millionen? Monopoly Dollars. Hobbypunkte. Ehhh, ich hab das Schönste. Uhhh, ich mag's kennen. Also den rosaen Rahmen. Oh ja. Ich fahr jetzt schon los, Leute. Grandsucker! Warum fährst du erstmal rückwärts kapuzt? Oh, die ist der erste Mal. Oh, die ist der erste Mal. Oh, kommt schon ihr Säcke! Ohhhh! Nein, ich hab's voll mit nem Booster am Checkpoint vorbei. Und hab jetzt aufgepackt. Oh, fuck. Ah, Dings. Hey, Grands. Hey, ich dachte ohne so ne Waffen. Achso. Ja, lass nur GTA Waffen nehmen. Also das ist nur Boost und Rakete. Das geht halt kurz an. Ja, nein, fahr einfach. Das ist ja relativ schlecht. Fahr einfach. Wüssten wir alle, dass du sehr unfair spielst. Nein, nein, fahr einfach. Nur die Waffen auf der Map. Kapuze hol' ich los. Ja, ich hab ne Kräfte neu gesporen. Ah, klar. Ich bin schon dreimal neu gesporen. Ja, ja, ja. Suck it! Ich auch! Suck it! Ah, Alter! Ah, verdammt! Den mach ich fettig! Jawoll! Nein! Nur warte. Was? Was? Nur warte, dich kriege ich noch. Was? Oh Gott. Oh, it's a new turn! Nein! Entschuldigung! Ah, jetzt geht er weg! Ah! Ah! Du, warum? Ey, du hast mich gerne genug gefahren. Das war der Geschwindigkeitsbrit. Ah, wieder dieser Scheiß. Warum mach ich das zweimal? Oh Gott! Du bist ein Holzkopf, ey! Du bist ein Holzkopf, Mann! Das Lustige war, ich hab' geschossen. Ja, ich war auch so. Ich kann ja nur wegen ihm explodieren. Na, wegen dir! Er hat doch auf dich geschossen, Mann! Nein, er hat auf dich geschossen! Er hat auf dich geschossen! Er hat auf dich geschossen! Leute, wo ist Kapitzen? Was ist denn hier, Grabs? Was ist denn hier, Grabs? Soll ich ihn drauf? Oh! War perfekte Kurve, hast du das gesehen? Was hast du? Oh, Alter! Ach, komm schon, ey! Nie, eigentlich! Oder Leiter! Und wir... Das war Crabs! Nee, du! Du hättest dran geglaubt! Nein! Du warst es, mein Boy! Oh, shit! Ach, shit! Das ist der YouTube-Hund! Fuck, 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 fuck! Oh nein! Oh Gott! Oh Gott! Ja, was denn los, Jones? Oh! Oh! Na, hast du verfehlt, Kapuze? Oh! Du weg, Sack! Wir Seehunde, ey! Oh! Du bist ein Seehund! Mach dich fettig! Oh! 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 Ich finde... Ah! Du Boy! Du Boy! Der Nils ist der Oberboy! Der Oberboy! Ich hatte Kindergartenkind gesehen und hab gefragt, wer ist der Boy? Da hat er gesagt, Nils! Oh! Im Kindergarten bist du häufig unterwegs! Beim Niesen bin ich von der Strecke geflogen! Nein! Das hat aber auch einen Rückschlachthof! Sachse, Mann! Hier fahren Leute um Preisgeld! Und nicht um den Letzten! Das war aber frech, Sachse! Der Sachse schießt nicht Waffen! Die fahren auch Leute mit dir reden! Nein! Wollte ich eigentlich nicht! Hast du aber! Du hast die Reifen verschossen! Boah! So is er! Ah! Ich hab den Checkpoint gekriegt! Ey, das gibt's nicht! Am Checkpoint vorbei, Alza! Was hat der denn? Ah! Ich war am Steigchen aus! Das ist Kack-F, ne? Das ist schon die letzte Runde? Jetzt! Also die, die jetzt! Ja, weil der Sachse beschissen hat! Der Sachse! Der Sachse! Oho! Das war so knapp! Ah! Sachse! Ich hab' den Sachse! Ich hab' den ganzen engen Reden! Leute! Rand Kapuze, bitte! Ich glaub' das ist seine Taktik! Jeder beschwert sich über Sachse! Das ist halt voll die Werbung für ihn! Sachse! Ich hab' den Rakete Boy! Ich sag's! Sachse von Sachsen Gaming! Mach' sowas nicht! Alter, ich muss doch von vorne! Auf den ersten schießen! Ja! Aber ich will Zweiler werden, wenigstens! Den da vorne krieg' ich ja noch! Oh, ich sag's! Ich hab' aufgepasst! Ja! Ach so, was? Ja! Ja! Der hat mich mal ne Kurve geträgt! Das ist getroffen! Scheiße! Ja! Schnell! Ey, das war's! Oh! 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 Gut! Niemals! Ich will nicht letzter werden! Ach! Hab' ich dich nicht getroffen? Ich hätte dich fast überwundenet, Igor! Du kannst mich mal, Krabs! Am Arsch lecken! Penner! Boah, das hat sie nicht gesagt! Wuhu! Nee! 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 TTT Also 40 Der Kopf wurde noch nicht freigeschaltet Ja, aber auch nur weil geschummelt wurde Wurde mit einem Maschinengewehr von der Strecke geschossen Jetzt tu doch mal so Ich hab's auf gebannt Such du Scheiße Ah nein, das ist ein... Nehm mit dem anderen ist los Aber zwei Leute müssen was anderes nehmen Ey, nein Wie geil Nehm was anderes, zack, alles andere gewählt Und immer nur einen Nein, ich will schlachten, Scheiße Ich hab gar nicht Ein Spiel für Kapuze Können wir einkommen, Leute Wenn einer nicht votet, dann Kapuze Da gibt's für mich das GTA-Item Ne Lawine Was haben wir um Flugzeuge? Schlimmstellen dafür schon was? Nein Mach mal Erfahrungslevel an Wie ne Luft Dann kommt Bullenhelikopter Bullenhelikopter Luftabwehrraketen Oh nein Nehm mal den Und das was lustiges nehmen Also hier den Duster Aber alle dasselbe Den Duster Den Duster Den Duster Welches? 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 Duster Ich will aber auch Roach Ich will auch Roach Ich will auch Roach Duster So ein schönes Flugflugflugrennen Wie in einem Flugzeugrennen Wo ich fast auf dem Boden gelandet bin Bevor es los ging Oh sehr schön Ein schönes Rennen Ich komm mir grad vor wie so ein Fluggeschwann aus dem ersten Weltling Ey Oh mein Gott Und dann gehen die ersten schon zu Boden Zu Boden? Die Schluchtenzeile Take down Los alle unter der Brücke durch Unter der Brücke durch Ich hab's geschehen Wegen Kapuze Der Wetter Da sind die Alle unter der Brücke Wer fehlt das Maschinengewehr? Wer ist ans Wasser gefahren? Ja ich hab Mir fehlte alles Mir fehlte ein Film Es war ein Brennen Grüßt mir die Sonne Manfred von Richthofen Jetzt bin ich letzter Könnt ihr eure vorne mal explodieren? Grenz Nicht runter Nicht runter Die Sonne die schreit Ja aber oh Über mir ist Kapuze Ich bin hier voll eingekesselt Kapuze Du musst unter der Brücke durch Töte Grenz Der hat schon Leute umgebracht Den Brennen hier Ich hab Ich bin hier ja die ganze Zeit Am weg Oh Kapuze Du hast mich gerammt Ja Ich leide die ganze Zeit Gestern Heute Seit gestern Ja eh Kapuze Wir können nicht drehen Wir haben hier drang gedreht Die haben sich Die haben sich Jetzt konnten wir nicht drehen Jetzt konnten wir nicht drehen Jetzt konnten wir nicht drehen Die hat eigentlich noch nicht hoch Ja und Ich bin durch den Checkpoint durch Und der wird mir nicht angerechnet Und der wird mir nicht angerechnet Und der wird mir nicht angerechnet Ja Dann sind wir wieder dabei Hallo AAAAAAAAH Oh Der wird auf einmal her Die ist immer dabei Ah Der eine Checkpoint Ich bin jetzt zwei mal durch den Durch geflogen Aber ich bin nicht angerechnet Natürlich Natürlich. Über den Wolken! Nein! Davon nehm ich jetzt... Alle mitgerissen! Kapuze, du Sack! Nee, du! Du hast mich getötet! Du bist ein bisschen in den Bord geflogen, du Alkohol! Das warst du! Nee, du! Du warst doch der Lila, ey! Nein, ich bin der Gelbe! Da, nur du... Scheiße! Und hol drei Leute noch bitte! Ja, ich hab den Check mal nicht geko... Dann hab ich aber ne Schraube gemacht und dann hat er mitgenommen! Drei Leute oder so! Manche Leute wollen die Welt einfach brennen sehen! Ja, und du willst mich immer nur brennen sehen! Ich hab gedacht, wenn ich den Checkpoint nicht kriege und euch alle aufbringen, sind wir ja gleich auf! Reigns hat mich gerammt! Das stimmt nicht! Die Anzeige stand doch, dass du das war! Ich bin gelb! Ja, da stand Kapuze! Du kommst aus Österreich! Du musst unter der Brücke nicht kommen! Ich fahr unten drücken! Du fährst, oder? Wie macht man nochmal die Reifen an? Ja, das geht ja nicht bei denen! Bei dem Flugzeug geht das nicht! Mit F! Ja, mit F! Stimmt, er hat jetzt F gedrückt! Das geht sogar wirklich! Ich muss ja noch irgendwie aufholen! Ich dachte grad so, geh ist das doch eigentlich! Und plötzlich mit F! Ich dachte, hä? Ich seh euch da vorne, alle schön, wie ihr fliegt! Jetzt haben wir ne schöne Map, sehr ruhig! Ich tötet euch! Kapuze, du kommst schon wieder! Na, was soll das? Ja, du bist doch wieder runter! Fangen mich! Ich bin ganz normal, die gerade ausgefahren! Jetzt tötet euch! Habt mal deinen Höhenruder im Auge! Geht um mich! Ich tötet euch! Tötet euch! Ich! Du! Ich! Mach! Gib Gas! Du willst uns töten wieder! Nein, ich will, dass du Gas geb! Damit ich durch kann! Töte sie, Sachse! Boah! Es ist ein bisschen da vorne! Oh, Grace! Das Leben ist nicht leicht! Wuhu! Das ist eigentlich voll die geile Map! Also von der Strecke her voll schön! Ich dreh gleich um und du... Oh mein Gott! Schöpien! Wir sind ohne Selbstmord! Oh Gott! Oh! Kapuze, wer ist vor dir? Kapuze! Ich mach jetzt Take-Downs auf euch einfach! Ich seh euch in den Augen rumgucken! Ich ramm den Grabs nicht! Der hat mir nix getan! Du wirst doch gestern erinnern! Hä, wie... Wie kommt Kapuze jetzt hier hin, Alter? Ja, ich weiß auch nicht, wo kommt die Hunde hierherherkommt! Kapuze ist jetzt nicht da! Oh, da kommt Nils von der Seite! Pass auf, sagst du! Er rammt uns! Du drängelt sich jetzt nicht von vorne! Oh, abgestöhnt! Hm, what the sad! Wer ist eigentlich letzter? Ich! Keiner? Nein, nein! Kann nicht sein! Ja doch! Ich hab den Checkpoint zweimal nicht bekommen! Ach, du warst schon die ganze Zeit jetzt! Okay, weil ich bin die ganze Zeit im Simper hier rumgesprochen! Maxi McFly! Überleg was du tust, mein Boy! Oh! 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 Ich bin jetzt vor Kapuze! Da fängt doch da fest! Jetzt macht doch mal da was! Warte, ich löst das mal auf davon! Ihr müsst euch doch umbringen! Ja, echt mal! Hau da mal ein paar vom Bibel! Alter, nicht schon wieder! Was das hier für ein Dreckling ist! Ja, das ist Kapuze! Ich hab gar nix gemacht! Oh! Oh! Ich war auf den ersten Platz, du Dreck-Sack! Hey, mach's nein! Warte, ich bin jetzt vor Kapuze! Da fahren wir uns genauer! Wenn man, wenn man nichts kann, dann ist man nicht mehr. Aber das gehört doch dazu! Rechts vor links! Wenn Lobios nicht da ist, muss es ja einfach nicht! Ich finde, das gehört dazu! Das war unerwartet! Plötzlich kam ein Flieger von vorne! Hä? Wird sich näher nach vorne geportet! Ich war schon jetzt seit hier! Dann überrutschen wir gleich! Kapuze! Irgendwer ist vor dir! Da ist Gramps! Wir kriegen ihn! Ich bin richtig Vierter! Du bist richtig Vierter! Du bist gleich richtig Sechster! Oh! Das blaue Manöver kommt! Der kann doch nichts treffen! Oh! Komm, den hol' wir jetzt, Axel! Alles auf Gramps! Das bringt doch gar nichts! Ich bin doch schlecht! Wir sind doch selber hinter dir, Mann! Wir sind ge- Äh, unterstützt einen Roader! Ich bin in der Baumkrone gelandiert! Ey, ist Stigo ernsthaft im Rennen? Oder was machst du? Ich kann sehr gut fliegen! Das glaub mir doch nie jemand! Dann lass uns Kapuze rammen! Lass mich fliegen! Dann ramme ich ihn, damit du erster wärst! Du willst immer stänkern! Ja, warum ist erster? Stigo, welche Farbe hast du? Weil ich nicht zu fliegen bin mit meinem Leben! Rot! Ja! Kapuze ist gelb! Und Brance ist auch rot! Da kommt gleich noch einer von der Seite, Kapuze! Ey! Kapuze? Ich habe von, ich glaub 56 in ein nicht ein einziges gewonnen, ja? Ja! Jigo, dir sag ich ja gar nichts nach! Gott! Aber der Boy ist erster! Wer war erster, du oder was? Ja! Achso, ich hab dich überrundet! Ich war so lange erster! Ey! Ich hab hier gelandet! Du hast ja nichts gemacht! Du hast ja nichts gemacht! Ich hab da ganz locker gelandet! Oh Gott! Alter! Die sah super aus! Die sah super aus! Krippel ist uns da! Alter! Was denn Pugel? Das ist jetzt fliegen durch den Bergeprober! Gelandet! Hier doch! Nie beendet! Es gibt mal ein paar Likes bei mir mehr, Freunde! Ich bin der Beinster! Ich bin auch nicht bei mir das GTA abgestützt und dem Nils mich geräumtet! Steht das in irgendeinem Kausalzusammenhang? Ja! Das war der imaginäre Rescuit! Ta-da! Kleine Junge mit etwas Schminke! Meine Boys! Ja! Hab ich dir wieder gezeigt! Oh mein GTA hast du gebraucht! Wenn der Alten daheim ist! Kapuzen worden! 2.14! Warten, dass ihr Klick gehabt! Und Grenz ist raus! Oh Gott! Rage cool! Nachdem Nils mich eben gerammt hat in der Lange! Aber nicht verkraftet! Grenz ist offline, steht bei mir! Und er lädt ewig den Online-Modus, ne? Wir können wieder, Kapuzen raus, wir können wieder nicht voten! Nein, raus aus dem Kult! Das ist eine richtig gute Map, Leute! Jetzt ärgert ihn doch nicht wieder! Nimm doch raus aus dem Kult! Stimmt, wir können wirklich nicht voten! Kapuzen musst halt raus! Aha! Kapuzen wirst du bestimmt nicht verlassen! Aus! Ich hab gevotet! Kannst du gar nicht! Klar hab ich! Ich hab's ja vor mir! Okay, wenn du der Einzige bist, der voten kannst, dann musst du raus! Dann liegt das nämlich an dir! Ja, und wieviel Vault siehst du auf der Map? Welche Zahl steht da? Drei! Drei! Bist du rausgegangen jetzt? Jetzt steht drei! Danke Kapuze! Nein, ich bin nicht rausgegangen! Danke, Jones! Ja doch, danke! Bin ich rausgegangen, zack, zack! Vielleicht müsste aber rausgegangen werden! Was? Kick! Kicken dich grad! Ha ha ha! Vault-Kick! Außer gut, dass niemand weiß, dass ich das grad war! Ah! Siehst du? Immer den Falschverdächt! Alter! Was war da jetzt grad los? Mein Modus hier! Äh, ich war in dieser Bruder, ich hab da mal 10 Tasten gedrückt und ihm ging das! So, jetzt erstmal einladen, bevor ich im Menü weitergehe damit alle hier... Ryan... Will einladen! Von welchem Job, alle meine Freunde, ja! Alle meine Freunde, ja! Alle meine Freunde, ja! Alle meine Freunde, ja! Alle deine Freunde sind jetzt wieder da! Dann bin ich noch ein Wolf bereits! Ich war'sch mich nicht! Stimmt nicht! Äh, durch das! Ich bin jetzt schon! Ich muss mir mal jemanden bringen! Hier bitte! Party! Hey, klein! Hast du Besuch? Oh, ich hasse GTA! Echt! So, auch noch mal wie eine Einladung hier jemanden schicken! Warte, ich hab grad, du hast abgelennt! Alle vom letzten Job, jetzt hier! Alle vom letzten Job, Spieler vom letzten Job! Franz, hier! Und... Krabs! Krabs! Jetzt aber! Ja, warte, ich bin noch auf dem Desktop hier! Kann ich auch beinladen! Tja! Du hast mir heute Online angezeigt! Hier ist warm! Und... Franz ist raus! Jo! Hör, bei mir lädt er eigentlich! Ah, der hat keinen Bock! Kein Bock! Franz hat keinen Bock mehr! GTA ist echt gut programmiert! Passiert jetzt da! Franz nochmal! Bebs! Also! Ist ja peinlich, dass im Anfangsbildschirm sogar kommt, wer's gemacht hat! Franz ist eingeladen! Franz sagt so, er ist total schlecht programmiert und auf einmal plopst auf, wer's war! Ich hab da nicht mitgearbeitet! Aber wenn! Aber wenn, ne? Dann würde hier einiges anders laufen! Ich hätte es tausend besser programmiert, aber ich kann ja nie mehr programmieren! Hätte ich auf jeden Fall Auto-Aim weggemacht, damit Nils nicht immer gewinnt! Ja! Und Autodrive auch! Engeladen, Engeladen! Ne, jetzt spielt mit Kinect, weißt du? Da muss ich immer nach welch zum Dienst lehnen, um zu lenken! Das hat schon mal geklappt! Vitaeo, Vitaeo! Bist du drin? Ich hab Krebs überholt! Wuhu! Ja, gut! Der Krebs ist Einladevorgang abgeschlossen, jetzt ist er eingeladen! Keil! Bin noch nicht online! Ah! Und sonst so, Frau und Günther? Auch nisch, okay! Geh ja online, wir betreten still jetzt! Ist das nicht da, wo die ganzen Leute nackt rumlaufen? Außer aus der Luft! Ja, ich glaube, da kann ich einem Singleplayer mit Trevor die Leute dorthin frachten, die dann dort einander genommen werden! Wehe, ich muss irgendwas zensieren hier! Ich hab, ne, ne, ne! Es ist nur ein Singleplayer, wo die dann unten rumlaufen! Selbst das war auch ne Nebenmission! So ne zufällige Mission! Ja, das war echt so ne zufällige Mission! Ich hab's jetzt durchgezockt! Ich hab... 50 Sports gebraucht! War Hauptstory! Also auch so... Ja, drei Monate! Da fragt man sich dann, welcher Level-Designer das eigentlich so gemacht hat, dass man das nur durch ne Zufallsmission kriegen kann! Und da hat ja einer Geld, oder da haben die ja Zeit und Geld reingesteckt, so das Ding überhaupt zu programmieren, da oben! Und da kommt man da überhaupt nicht hin! Und das sehen uns 5% aller Spieler! So, jetzt bist du da! So, jetzt bist du da! Ja, ne, nur Hauptstory! Also, in denen sind halt nur Storys, wo, 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 wo es halt, ne, nicht diese ganzen fremden Freaks-Missionen, den ganzen Schrotz! Nur halt Hauptstory, dann... wirst du das um ein paar Monate... Dann wärst du doch plötzlich an der Straße einfach angehalten und angesprochen, ne? Ja, ja! Hab ich ab und zu mal gemacht! Ah, alle da! Alle da, alle da! Jetzt gibt's nice! Hier ist grad irgendjemand runtergeflogen! Was? Ah, okay! Ja, grad irgendjemand durchs Bild runtergeflogen! Hm! Äh... Das sieht doch bestimmt gut aus! Also, Sanchez beschriftet! Sanchez beschriftet! Nehmt die ohne Beschriftung! Ohne Beschriftung! Ihr Noobs! Mit Beschriftung! Ich hab die ohne Beschriftung genommen! Mit Beschriftung bist du schneller! Du siehst doch so, dass sich die Balken ändern, du Nase! Ohne Beschriftung hat viel mehr Sinn da! Ja, die Beschleunigung und Geschwindigkeit! Logischerweise schneller! Ohne Beschriftung bist du viel schneller! Guck doch genau hin! Du hast wohl einen kleinen Monitor kaputt! Sieht aus! Kapuze hat bestimmt unter 30 Zoll, deswegen sieht er es nicht! So ein Idiot! Wenn du keine drei Moni-Linger hast! Dann siehst du das nicht! Ey! Ich suche mir andere Leute, ihr Penne! Welche mit nem kleinen Monitor bin ich! Suche Gamer mit kleinen Monitor! Was? 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 Nein! Oh! 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 Yo! Oh! Und dass du einfach einfach flatt gemacht! Oh! 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 Erzfeiner. Hey, alles kann anschlagen. Brems mich einfach, ey! Oh, du Sack! Wer liegt da denn? Der Sachse ist vorne. Ey, was soll das? Wie schnell! Ja? Toll, das hat mich jetzt nicht befördert. Sachse, bremst! Wow, wow, wow! Ich bin tot! Alter, da bremst der einfach, der Sack. Ah, nein! Nein, hier ist es auch passiert. Scheiße! Wenn wir weiter geradeaus gefahren wären, wären wir denen entgegengekommen. Ja, genau. Kech, bist du auch über die Brust geflogen? Voll ne Kanne, ey! Wuh! Nachkommen! Mensch, von Ersten auf den Achten geht. Wuh! Ich war Erster und hab gebremst, weil ich das fern will. David! Das große Rad! Ich dachte, komm, ich lass dich vor! Und dann hab ich einfach gerammt, ey! Oh! Scheiße! Oh Gott! Auch die ist gleich schon zu Ende, die Strecke, ne? Ja, aber die ist gut, die Strecke. Die war aber gut. Oh Gott! Gott! McFly, verzieh dich! Ja, McFly cheated, weißt du keine Klamotten an, gewinnt widerstand nicht. Oh. Oh! Dann hat er sich extra noch übersiert. Nun, na, nein, ich hab doch extra diesen Zweile von auf dem Bust. Die ganze Brustraue, ja. Haben mir das Brusthaar frisiert. Ehh. Bissin...bissin Gentleman im letzten Abend. Kannst du lange warten, Dalu. Hast noch 10 Sekunden. Jetzt ist aber gut hier. Bissar, wie... Solchig, du hättest noch geschafft, siebter zu werden, ne? Als ob, ey. Ja, ich hab's nicht. Hätt' dich vorge... Weil den bist denn hier. Ab die Scheiße. Nee, das war genau in den Bogen. Bist falsch abgefroren. Aber Siebter sieht mehr aus wie Erster. Ich bin nur froh, dass du mitgestorben bist. Das ist ja schön gewesen. Reanimation. Sieht auch nicht intelligenter aus. Der gemein Nils ist ein bisschen weiß im Gesicht. Ja, aber leider nicht an allen Stellen. Wer hat denn jetzt die schnellste Runde? Achso, gibt's ja nicht. Der, der gewonnen hat, sagst du. Das geht Hand in Hand. Auf wen hast du gesetzt? Kaputze votet einfach nicht aus Protest. Kaputze ist der AFK. Kaputze ist der AFK. Gut, dann vote ich doch. Oh, oh. Das, 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 das. Ganz ohne Paddel. Poffein-Shop. Ja, in so ne Paddel. Oh nein. Wenn wir schon heute Kack-Rennen machen, dann darf der sich auch. Dann aber auch richtig, bitteschön. Echt? Was? Es wäre geil, wenn das so wie ein Wasser-Ramp wäre. Ja, so ein Paddel oder so. Aber so Team-mäßig. Und die Jetsees hatten wir jetzt schon ein paar Mal. So wie bei Mario Party 1. Kennt das einer? Wo man sich die Hände kaputt gemacht hat. Ja, mit dem... Und dem Stick auch. Paddel-Gedaddel meinst du? Ja. Paddel-Gedaddel ey. Und den dummen Stick auch. Das hat von Schrotter auf Harvard wechseln? Im Wasser? Generell Papen und Mario. Dass alle schwimmen müssen? Okay. Grants verlässt. Grants, ey. Grants, ey. Grants, okay Bock hast. Sag es, okay? Leider Grants, ey. Grants, ey. Grants. Wir sehen das letzte Rennen, ey. Komm ran, ey. Bittels daneben, rechts ist der Wasserfall, links ist die Fischtreppe. Habt ihr da was gelernt? Okay. Wo bleibt der denn? Wer ist, ist eingeladen? Wer ist denn dieser Grants? So sterben und leichen, schnell lachsen den Posten auf. Warum warten wir immer wieder? Warum connectet der eigentlich einen? Das dauert jetzt. Als lädt er ja erst den Online. Macht es uns ohne mich. Andreas ist in so einer romantischen Seite. Alles klar, lad schon mal Dinge ins Rennen. Wenn du hier, wenn du hier Team GTA nehmen würdest, würden Dalu und Shigo so einen Schwan nehmen, wo sie selbstreden möchten. Jawoll. Dämpfliche Klischee ist bedient. Ja. Was nehmen wir denn? Fat Max, ich glaube das passt nicht so gut. Oh, komm, komm. Der Speeder sieht gut aus. Nimm mal den Speeder, komm. Ja, Leute, der passt doch in ihrem Leben da drauf. Jawoll! Ey, der ist aber ein bisschen sehr groß, wie so eine Person. Ja, ja, ja. Bei mir ist das Wasser gar nicht geladen hier. Keine Wellenanlimatierung und so. Ich auch nicht. Ich hätte gerne den anderen genommen, den kleinen da. Dann bin ich alle weggefahren. Mal da auf deinem Monitor passt. Guck mal, das wird so ein Rennen. Ja, das ist das Gewinn. Das Gewinn. Das Gewinn hat mich immer so große Sachen nehmen, die passen nicht auf den Monitor. Jetzt wer da. Oh Gott. Bietze. Biet. Kapuze, du musst noch Ready drücken. Hab ich schon. Kapuze. Schön. Leck die Scheiße. Bei euch auch? Nöp. So zieh ich. Oh nein. Oh nein. NVIDIA Water halt. NVIDIA Water. NVIDIA Water. Ich hau mal ab. Ja. Kein Bock auf die Lecks hier auf dem Wasser. Sachse, das geht nicht. Sachse. Ja, Sachse. Hättest du weiter links gefahren, Sachse hättest du mich damit umbringen können. Da Sachse, was? Da Sachse. Da Sachse. Hey, nicht schubsen. Aus dem Weg, Chego. Sachse, bremst doch mal. Alter. Warum geht der Sachse so auf? Ich hau noch mal. Warum geht der Sachse so auf? Wie machst du das? Damit flach. Sag mal. Nö. Weiß einer, wie man Gas gibt mit dem Boot? Wieso bin ich hier am Landmann? Ich bin gestrandet. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Steuern im Wasser. Oh Gott. Hey, kippt jemand raus. Genau so wollte ich das. Das ist ne geile Strecke. Sachse gewinnt nur, weil er geschummelt hat übrigens. Schon wieder. Oh, ich hab mich fair gestellt. Scheiße. Ich bin aufgelaufen. Ah. Wow. Nooo. Scheiße. Ach komm schon. Wer hatte die geniale Idee, diese schnellen großen Boote zu nehmen? Ich. Gib Gas, du Kackboot. Du hast den Finger verlängert. Nein. Ja, weil du geschummelt. Ich. Du bist der erste. Das war scheiße. Alle sind auf mich drauf gefahren. Ich wollte gerade sagen, wir waren sehr viele lustige Szenen, wo wir einfach wieder ja noch rüber gefahren sind. Alle sind über Krebs drüber gerutscht. Aha. Ja. Ja. Die sind ne alte NATO-Matratze. Unfähig. Ein bisschen blasser geworden, sag mal. Ja. Oder war die Textur bei mir nicht? Ich bin blasser geworden. Ich bin blasser geworden. Schnell mal noch ein schnelles Rennen hier. Auf der Rennbahn, wenn es kommt. Oh, ich hoffe nicht auf der Rennbahn, ey. Das ist mittlerweile nicht mehr gut. Wir müssen das nehmen. Mit dem Bullen schon. Was haben wir denn hier? Das ist hier so ein Falsch hier. Neu voten, Alter. Geschäftsweise. Okay. Neu voten. Und yes. Falsch hier. Lass mal so einen Bauch schwingen. Nein, ey. Ich schwöre mehr blöd. Das haben wir echt lange nicht mehr gemacht. Ja, das ist gut so. Aber da bringt der Controller keinen Vorteil da. Da kann der Nils halt nix. Machst du GTA oder was? GTA ist aber der Marge, oder? Nicht schon wie? Ne. Du machst doch auch GTA. Nein. Da schummeln die Leute wieder. Du kannst ja nicht mehr GTA einstellen, oder? Ne. Anscheinend stimmt. Auszeit. Also es geht aber der Marge. Mach's doch. In dem Wetter stürmisch oder so. Jo. Stürmisch. Hahaha. Feste Kamera-Ego. Das könnte nur schief gehen. Das ist ja auch eine Kamera-Ego-Perspektive. Ne McFly spielt privat glaub ich den ganzen Tag immer GTA. Der hat immer andere Klamotten an und so. Ja ehrlich. Das ist jedes Mal vor der Aufnahme ändere ich meine Klamotten. Ich mach extra 10 Minuten vorher das pro Spiel an immer. Ach, halt die Zeit. Der feine Herr. Fjoshiba wäre der Stunnenaufgang-Fileschirm da dir. Ach komm ich der Tonat auf die Klamotten. Ich hab den Witwenmacher. Ich hab das bestimmt. Der ist aber positiv. Ja, Witwenmacher. Ich glaube aber der ist kein guter Fallschirm. Aber da stand auch gerade ich muss 250 für Abschleppgebühren bezahlen. Ich weiß nicht für was. Ja ja. Ja bei mir. Aber alle Springer, ne? Okay Boys. See you later Alligator. Hey Wappen sind ja Russen deaktiviert. Schade. Wie landet man nochmal? Äh Shift am Ende gedrückt halt. Und Fallschirm einziehen? No control da. S. Ne F oder? S. S. Ja ein Sacken den Fallschirm. Ach so ja dann mit elf logisch. Jones hat erstmal in der Luft wieder gerammt der Penner. Äh gar nicht. Hast du da? Ich bin voll weggeschlungen. Ja als wäre du mit Absicht. Ja natürlich ist das mit Absicht gewesen. Aber erst sagen hast du gar nicht. Allein deswegen war das schon Absicht. Der ist ja nicht so dumm. Hast du eigentlich so einen schwarz-weiß-roten Fallschirm? Das ist der Witwenmacher. Der geht gleich durch. Nein ich hab's im Arschkack-Kotze. Na toll. Was? Ich hab dich gar nicht berührt bei mir. Doch du bist bei mir voll in Fallschirm rein ey. Oh das ist ja schon am Ende hier. Neulau. Mann ne. Ja den Kontrollpunkt verpassen ist ja nicht schlimm. Dann kannst du auf ein neues Ball oder nicht. Hä? Ne. Nein das ist egal. Der Kontrollpunkt. Du musst ja eh landen. Aus dem Weg dann. Das hat doch mit 5 Punkten. Deswegen werden wir landen. Alle anderen nicht. Ja 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 ja. Mach ruhig. Du solltest dir ohne hinten aufklatschen. Wuuu. Woh. Wollt ihr die Landung verkacken? Wollt ihr die Landung verkacken? Wollt ihr uns die Landung? Aber ich auch nicht. Wie macht man die Landung jetzt? F. F. Neulau. Ich hab was geschlagen. Hat das lange gesagt gerade? Hört ihr denn nichts? Irgendwann kommt Dalu in die Hölle. Das sowieso. Einer hatte so richtig die Points verkackt? Ne, ne extra Absicht. Extra Absicht. Oh oh. Wer ist das hier hinter mir? Da kommt so ne American Falsch wieder. Ich bitte da. Oh Meg. Meg Nervous. Der Wölk gelandet. Oh shit. Oh nein. Wo ich so denke? Ey Leute, ich bin links draußen, aber er freut sich. Es freut mich gut. Es freut mich gut, hat man es doch nicht geschafft? Gut gemacht. Ich stehe noch. Ich stehe noch. Ich bin gegen so einen scheiß Pfosten geflogen. Ja doch, das hat gezählt. Das hat gezählt. Ich war außerhalb des Parks, aber er hat gezählt. Der Schummler, der Alte. Alter König der Lüfte. Verdammt, hier Kapuze setzen soll ich. Ja Leute, das war's für den Park. Dann muss auf jeden Fall sein Kapuze sind es vorbei. Bis dann Leute, schau mal vorbei. Tschüss. ... ...